Überraschung, Überraschung, wir sind heute in der Comic-Combo Leipzig zu einer Signierstunde und dieses Mal mit Phil Noto, dem Zeichner von Supergirl, Star Wars und so vielen anderen Superhelden-Geschichten. Marvel. Rebels oder Imperium? Imperium. Wenn du die Comics schaust, möchtest du etwas, das du die meisten schaust, Characters oder Hintergrund? Characters. Characters, Faces, Expressions, alles nur Horses. Warum nicht Horses? Horses sind sehr schwierig. Der Anatomie ist so unterschiedlich, es kann sehr schwierig sein. Ich muss, ich habe. Wenn ich auf Jonah Hex gearbeitet habe, habe ich viele Horses schaust. Idealerweise würde ich sie vermeiden. Du hast manchmal Hilfe mit den Comics? Oder hast du ein Assistent, der kleine Sachen für dich schaust? Oder hast du alles selbst schaust? Ja, ich schaue es alles und schaue es alles selbst. Aber ist da etwas anderes, das wir wirklich, wirklich lieben, zu schaust? Giant Crowd Scenes. Hunderten von Leuten auf einer Seite. Ja, ist ein bisschen schwer. Weil es zu viel Arbeit ist? Ja, du kannst viel Zeit schaust, all diese kleine Menschen schaust. Und dann, besonders mit mir, muss ich die kleine Menschen schaust. Für die Zukunft, ist es ein Projekt, du möchtest, vielleicht eine original Geschichte? Ja, es gibt ein paar original Ideen, die ich hoffe, dass ich einen Tag schaust. Und, ja, ich bin glücklich genug, dass ich die Charaktere schaust, die ich, wie ich, als ich in den Comics gelesen habe, habe ich gelesen, und seit ich in den Comics bin. Was etwas in dem, was du wissen, wirst du vielleicht noch nicht schaust? Oder ein Wiesst du? Oh, ich habe gerade angefangen, die Inhumans-Serie, und das wird mich für ein Zeitpunkt beschäftigt. Ich würde gerne noch mal wiederholen, zu kommen, zu kommen. Wir werden ja, ich weiß nicht, ich werde noch auf Inhumans-Serie für ein Zeitpunkt. Und wir warten für die neue Sachen. Okay, great. Das wird interessant sein. Danke. Mein Prazer. Danke. 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 ebenfalls